Mach mit beim Land der Könner! Wenn ich Musik spiele, heiße ich Nicoletta Nicolett. Wenn ich nicht Musik spiele, bin ich die Frau Dr. Adonassio. Ich bin sehr gerne Mutter, Ehefrau und auch noch Frauenärztin. Ich habe mich beim Land der Könner beworben, weil es so genial einfach ist und ich damit keine Mühe hatte. Ich liebe die Leichtigkeit, wenn es leicht geht. Ich möchte gerne Leichtigkeit vermitteln. Das Leben darf schön sein und es darf leicht sein. Das ist so ein bisschen meine Message und wenn euch das gefällt, würde ich mich sehr freuen.